Jo liebe Leute, wir sind wieder da mit einem weiteren Video und zwar haben wir endlich die Belectro V-Team bekommen. Die fehlen uns ja noch, Kodomi und Urgl haben wir ja schon geöffnet. Und wenn ihr in Zukunft solche Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst ja liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein! So, dann öffnen wir das gute Stück. Die Belectro V-Team fehlen uns noch, mega spielstarke Karte auch, Belectro. Und, ah, mega gespannt, wirklich. Der geht leichter, brauche ich nicht einmal das Messer dazu. Mein Glücksbringer ist auch da hinten, der Koder. Zieh mir heute das glücklich. Zieh mir heute das glücklich, was sagt er? So, mega schön, Belectro Karte, mega stark, da habt ihr den Kod, gönnt euch. So, wir haben, oh, zweimal Glurak Booster, stark. Barbara, ich gebe dir mal die leere Box rüber. Möchtest du auch einen Booster an? Tja, ja. So, ich kriege auf jeden Fall, welches magst du haben? Dann kriegst du sie, wie ich ja nicht das Glurak Booster gebe, der Nichtsgönner. So, machen wir mal, fangen wir an mit dem ersten glänzenden Schicksal Booster aus dieser Belectro Box. Alter, sie sind da drinnen. Wieder Dreck dabei. Habt ihr mal den Code? Aber das sind Printlines. So, dann in Shiny-Karten-Trick. Natürlich machen wir in Shiny-Karten-Trick. Dann mal, Kampfenergie. Das heißt, die sind komisch. Ich weiß nicht, die sind da drin. Oh, ja. Nein, die sind nur komisch. Jammer. Havara. Zweimal hintereinander, die selbe Karte. So, die fühlen sich ja komisch auch. Was hieß denn das? Kamehabs. Urkomisch an. Infanti. Die Rare. Aber wir haben einen Oknadol Shiny drinnen. Auch wenn sie sich komisch anfühlt, aber das war ein Arrow Pack. Ich hab zweimal dieselbe Karte hintereinander gehabt. Das gibt's ja nicht. Aber wir haben eine Shiny-Karte. Aber zweimal hintereinander dieselbe? Das gibt's ja nicht. Okay. Da hat's was. Die fühlen sich komisch aus. Die fühlen sich... Das Papier ist komisch, gell? Dann machen wir mal einen Zerreißtest. Nein. Oh ja, das ist eh nur Energiekarte. Nein, die sind original. Das erkennst du an den schwarzen Strich. Das ist der schwarze Kleber. Das sind originale Karten. Ja. Okay, aber die haben sich wirklich am Anfang komisch angefühlt. Ja. Ja, vielleicht ist noch der Drucker oder so ausgegangen. Scheinux, Smogon, Bamelin, Knackleon, Forschung und Smogon. Am Pull hast du nicht dabei gehabt? Nein. Aber ich schon. Aber urkomisch. Zweimal hintereinander dieselbe Karte. Also gemischt ist er nicht geworden. Die Karten sind immer noch immer sowieso nicht. Ja, hast du eh gehabt. Ja. Das war die Reverse-Holo. Die siehst du halt nur schwer bei der Karte. Ja, das ist wirklich hart. So, Shiny-Karten-Trick. Okay. Kodomi. Arboretos. Rostiger Schild. Smogon. Bamelin. Baut. Klebtifuchs. Die Rare-Karte ist ein Kamalm. Und? Arboretos sind shiny. Nice. Aber ich glaube, die haben wir schon als Arboretos. Egal, wir haben die nächste Shiny. Zwei Shinies aus der Box. Gönnt wieder mega. Weiß ich nicht, ob du das sagst. Gib her. Lachen wir nachschauen. Die Code-Karten gibt es mir nicht. Achso, entschuldige. Da, noch ein Code von den anderen Boxen. Die Nichts-Gönnerin da drüben. Sorry. Rotten. Kamehaps. Kodoni. Evoli. Klebtifuchs. Marpeco. Selibi. Und Manafee. So. Die fühlen sich gleich an. Du nicht so. Ja, dann nimm dir mal da eine Karte. Dann lass die um einander dort. Last Pack. Es Glurak. Es fühlt sich dick an. Ich will das Glurak endlich ziehen. Ich will das Glurak endlich ziehen. Ich weiß nicht, ob ich ein komisches Gefühl hatte. Ja. Irgendwie. Abziehen Code. Und zieh mal eine Glurak-Karte. Das wäre mega stark. Scheine-Karten-Trick. Da, wie es hier hinten ist. Schauen wir uns mal das Centering an von hinten. Centering ist schon mal top. Das heißt, das kann ein Pool sein. Das kann alles ein Pool sein. Bojelin. Rotten. Yanma. Kamehaps. Kupfanti. Sieper. Duska. Mirare-Karte ist ein Manafee. Und rostiges Schwert. Auf jeden Fall, wir haben zwei Scheines aus der Box gezogen. Das ist okay, sage ich. Kein Ding. War mega. Aber ich glaube, die beiden haben wir schon. Aber trotzdem stark. Zwei. Shiny-Karten aus der Team-Box. Fällt mir. Glurak war leider nicht dabei. Aber das werden wir definitiv noch ziehen. Und wenn ihr in Zukunft eure Videos nicht verpassen wollt, ihr wisst, seht, liken, abonnieren, die Glocke aktivieren. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Mitglied auf cual weiß ich, wie hat es erzählt. S ência Ende